Schön, dass du da bist. Tag 13 Lieblings-Yoga am Abend. Heute das Thema für dich Hingabe und Loslassen. Das Ziel ist es, dass du das Kämpfen heute aufgibst und dich voll dem Leben hingibst. Und deshalb auch die passende Intention für dich. Ich gebe mich dem Leben hin und bleibe entspannt. Komm bitte bequem zum Stehen heute. Heute eine meiner Lieblingssequenzen für dich. Du gehst jetzt relativ lang mit mir in die Vorbeuge und kannst dich richtig schön in die Vorbeuge atmen. Füße weit geöffnet, kippe aus dem Becken nach vorn. Hände zurück unter die Schultern, beginn mal die Beine abwechselnd zu beugen und zu strecken. Die Übung hast du jetzt schon regelmäßig mit mir praktiziert, wenn du Lieblings-Yoga am Abend regelmäßig übst. Das ist eine gute Aktivierung deiner Füße, die Beine gut gedehnt, Hüftdehnung, eine Schulteröffnung, aber auch der untere Rücken profitiert von der Übung. Und dann kommst du zurück, drück nochmal die Füße fest in den Boden und lass dich ausatmend nach vorn unten sinken. Du kannst auch die Hände ein Stückchen zurücknehmen. Und dann schließ die Augen. Egal wie weit du in die Vorbeuge kommst, atme tief ein und tief aus. Kannst über die Nase einatmen, vollständig ausatmen. Mit jeder Ausatmung lass innerlich los und wiederhole deine Intention. Ich gebe mich dem Leben hin. Falls dir das zu viel ist, heute in der Vorbeuge so lange zu verweilen, mach einfach eine Pause zwischendrin. Ansonsten probier das aus und dann wirst du die Besonderheit dieser Übungsabfolge für dich erkennen. Das ist eine gute Grenzerfahrung, was ich heute dir zeige. Drück nochmal die Füße fest in den Boden, zieh die Schienbeine zueinander, das Gesäß geht nach oben. Und dann heb den Oberkörper leicht an. Und dann mit den Händen wieder ein Stückchen zurück. Und lauf mit deinen Füßen 10, 20 Zentimeter näher zueinander. Atme ein, rückenlang. Ausatmen, kipp nach vorn, unten. Schließ die Augen. Stell dir vor, an deiner Krone des Kopfes ist so ein kleines Gewicht. Und das zieht dich nach unten. Kreiere Länge im Rücken. Füße geerdet. Ruhiges, entspanntes Ein- und Ausatmen. Tief ein. Tief aus. Ich gebe mich dem Leben hin und bin entspannt. Und gerade jetzt, wenn es ein bisschen anspruchsvoller ist, bleibe in der Hingabe. Gib das Kämpfen auf. Atme dich da mal durch. Und dann heb den Oberkörper wieder an. Und lauf mit deinen Füßen nochmal 10, 20 Zentimeter zueinander. Vorbeuge ausatmen. Vorbeuge ausatmen. Und falls es dich beruhigt. Also Vorbeugen fallen mir persönlich auch schwer. Und dennoch ist es gerade wichtig, diese Übung regelmäßig zu praktizieren. Denn sie machen etwas mit dir. Und es hat einen Grund, warum dir Vorbeugen schwerfallen. Nicht nur körperlich, auch emotional. Zum Beispiel mehr in Hingabe dich zu üben. Das Kämpfen jetzt aufzugeben. Die Füße nochmal fest an den Boden drücken. Zieh die Schienbeine zueinander. Auch die Oberschenkel schiebst du ganz leicht nach hinten. Und dann geht es weiter. Heb deinen Oberkörper wieder an. Dann wandelst du mit den Füßen nochmal 10, 20 Zentimeter zueinander. Bleib in der Vorbeuge. Tiefe Atemzüge. Versuch mal die Ausatmung zu verlängern. Atme bequem ein über die Nase und länger und tiefer aus. Spür den Moment, wo die Einatmung beginnt und wo die Ausatmung entsteht. Lass dich über die Ausatmung in die Vorbeuge sinken. Und dann bringst du zum Abschluss die Füße Hüftgelenks breit zueinander. Lass dich nach vorn unten sinken. Schöne Herausforderung für dich heute. Hingabe. Lass mal die Hände lösen. Bring die Hände zu den Ellenbogen. Und dann schaukelst du so ein bisschen nach links und nach rechts. Wieder zurück zur Mitte. Lass die Arme sinken. Verbeug dich noch ein bisschen weiter. Verbeug dich vor dir selbst. Gib dich dem Leben hin. Lass es zu jetzt in dem Moment. Dann atme aus. Öffne die Augen. Lass dir Zeit. Und kannst die Füße noch mal ganz leicht nach außen drehen. Für die Hocke. Für Malasana. Setz dich tiefer. Weiter atmen. Lass mal die Augen öffnen. Du bist nach links und rechts schaukeln. Wenn die Fersen in der Luft sind, leg dir gerne eine Decke unter die Fersen. Oder mach einfach das, wie es geht. Es geht hier nicht um Perfektion. Es geht um ein entspanntes Üben am Abend. Es geht darum, dass du deinen Körper neu spürst. Und von hier aus gibt es auch einen schönen Weg in die Vorbeuge. Lass dich einfach mal nach vorn unten sinken. Kopf locker, Schultern locker. Der ganze Oberkörper sinkt tiefer. Und dann atme aus. Komm mit den Händen zurück. Löse noch mal die Ferse. Zieh den linken Arm zur Decke. Öffne dich. Ausatmen zurück. Rechten Arm anheben. Ausatmen zurück. Und dann setz dich hin. Gerne erhöht auf eine Decke. Die Fußsohlen bringst du zueinander. Heb noch mal bitte die Schultern an. Und heute machst du den Abstand etwas größer. Schieb die Füße ein Stückchen weiter nach vorn, sodass hier so ein Quadrat entsteht. Und dann kippst du aus dem Becken nach vorn, unten die Ellenbogen vor die Schienbeine. Schließe die Augen und lass dich sinken. Lass mal die Augen öffnen. Heb den Blick an. Schau mal zu mir. Kannst du von hier aus die Füße aufklappen wie so ein Buch. Vielleicht kannst du den Spann Richtung Boden ziehen. Und dann wieder in die Vorbeuge gehen. Ich gebe mich dem Leben hin und bin entspannt. Atme aus und mit einer Einatmung richtig langsam auf. Komm nach oben. Klapp die Knie zusammen und setz dich nochmal bequem. Hin, ja, danke für dein Einlassen. Also diese Sequenz hat es echt in sich, so lange in der Vorbeuge zu bleiben. Aber auch, ja, diese intensive Körpererfahrung einmal durchzuhalten. Dich durchzuatmen und dich dem hinzugeben. Und das ist mein Wunsch für dich. Auch wenn du Yoga mit mir übst, gib das Kämpfen auf. Und dann kannst du dich wunderbar in den Körper mal hinein entspannen. Es sind beide Seiten. Hingabe, aber auch dieses aktive Üben. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Viel Freude am Yoga weiterhin. Du kannst den Kanal hier abonnieren. Empfehle mich gern weiter. Und hier geht es direkt zum nächsten Übungsvideo. Wir sehen uns wieder auf der Mathe.